Norddeutscher Rundfunk 2021 Es liegt schon einer drin und der ist dick und fett Baby, hättest du gern einen Lopfosch in deinem Bett? Oh, Baby, hättest du gern einen Lopfosch in deinem Bett? Vielleicht wird er ein Prinz, bist du zu ihm ein bisschen nett? Baby, so ein Prinz ist meistens höllisch reich Auch wenn er dämlich aussieht, ist doch völlig gleich Baby, küsst ihn schnell, so tot er wieder ab im Tisch Küss ihn, Lopfosch Küss ihn, Lopfosch Küss ihn, Lopfosch Küss ihn, Lopfosch Baby, küsst ihn gleich, sonst haut er wieder ab im Tisch Küss Sie, Lopfosch Stell dir mal vor, Baby, du, nie mehr arbeiten. Immer auf dem goldenen Thron sitzen, wie im Märchen vor 500 Jahren. Dann muss der Prinz wohl auch schon so an die 500 Jahre alt sein, weißt du? Bisschen tatterig und so. Ich meine, wenn das was für dich ist, dann schießt du. Oh, Baby, hättest du gern einen Laufrosch in deinem Bett? Baby, hättest du gern einen Laufrosch in deinem Bett? Nimm doch lieber mich, ich bin doch auch ganz nett. Ich bin kein Laufrosch, ich bin kein Laufrosch. Ich bin kein Laufrosch, ich bin kein Laufrosch. Ich bin nicht nass und kalt und auch noch nicht so alt. Ich bin kein Laufrosch, Baby. Ich bin kein Laufrosch. 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 Ich bin kein Laufrosch.